Wow! Guck dir dieses Haus mal an! Wow! Ah! Ah! Ich komme nicht durch! Oh, hier ist eine Rutsche! Wo? Wo? Wir schaffen das. Wir schauen uns so viele Häuser an, wie es geht. Hey Leute! Was geht? Bibi Kahn hier mit... Mama Dania! Und mit euch! Und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr! Frohes Neues! Leute! Tatsächlich könnt ihr sehen... Guck mal, hier sind so Neon-Pads! Wow! Und heute wieder ein Video mit euch, weil... Wir wollen heute wieder auf eure Häuser reagieren. Und... Also das ist kein Live-Video, das haben wir schon gemacht. Also wir sind jetzt nicht gerade bei Adopt Me. Und wir wollen jetzt auf ein paar Häuser wieder reagieren. So, wer darf denn als erstes? Vielleicht hier... Anu? Suchst du aus? Anu, ähm... Wir folgen dir. Anu? Ja. Okay. So, hat sie das gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Äh, wo ist sie denn? Hallo! Zeig uns dein Haus! Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. So, okay. Ist das das Haus? Ja, ich glaube schon. Okay. Let's go! Oh, okay. Oh, guck mal. Hier hinten ist noch ein Poolzimmer. Oh, und sogar ein Whirlpool. Oh, aber schön heiß. Oh, schön mit dem Blau hier auf... Ui, schön mit dem Blau hier auf dem Boden. Ja, stimmt. Das sieht aus wie das Meer. Ja, sieht mega schön aus. Boah, das ist richtig schön. Oh. Das ist richtig schön. Das passt auch richtig gut hier mit dem Hot... mit der Hot Tub. Mhm. Also... Hübsch. Und hier ist ein Sprungbrett. Oh, das habe ich gerade gesehen! Wuhu! Wuhu! Sorry. Ob ich vielleicht irgendwo hier Manni duschen könnte? Wuhu! Wuhu! Hier kann ich Manni vielleicht mal duschen. Hehe. Okay, also der Pool sieht schon mal ziemlich cool aus. So, das Bad ist auch sehr schön. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. Oh, hier ist, glaube ich, so ein YouTube-Studio. Guck mal! Hier oben. Was? Wo? Was? Wo? Wo? Hier oben! Komme! Hier! Uh, ja, stimmt. Das ist schön. Das ist richtig cool. Hä, so könnten wir auch unser Studio einrichten. Ja, könnten wir. Oh, auch ein cooles Kinderzimmer. Ja. Oh, und ein Regenbogenzimmer. Das ist auch cool. Oh, das sieht sehr schön aus, das Kinderzimmer, muss ich sagen. Das ist richtig schön geworden alles. Also, ich muss schon sagen, Kompliment, Anu. Hübschi, hübschi, hübschi. Mhm. Das Badezimmer ist auch super. Oh! Das ist aber ein hübsches Schlafzimmer. Oh, und das Wohnzimmer ist auch riesig. Mama, Daniel, das Wohnzimmer. Ja, ich komme. Das ist ja, das Haus ist ja das gleiche wie Baby René eins hat, ne? Boah, Anu, das sind 10 und 10 für dich. Mei, ei, 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 voll schön. Ach so, schön aufgeteilt. Oh, das ist ja ein super schönes Haus. Wie geht denn das hier? Wie geht das hier mit dem, wie ist das hier? Okay, so, Mama Dania, wollen wir dann raus? Ja, schauen wir uns das nächste Haus an. Ja, such du mal aus. Okay. Okay, hier fragt jemand, darf ich als nächstes? Äh, Luna. Äh, ja. Ach ja, Luna. Doch, Luna kenne ich. Luna kann als nächstes. Luna Lovely Cat. Also, das erste Haus war schon richtig cool. Oh, auch ein cooles Haus. Ich sehe das schon. Das ist wie mein altes Haus. Ich glaube, das ist die Luna, die uns die Bilder gemalt hat. Wow. Guck dir dieses Haus mal an. Wow. Oh, Baby Khan, ich glaube, jetzt musst du das nochmal überdenken, ob du nicht doch das andere Haus wiederhaben willst. Aber das gehört ja jetzt dem Mobber. Oh, guck mal, auch ein Netflix-Raum. Oh, guck mal, hier ist eine... Oh, und eine Pool-Disco. Oh, ich will Pool-Disco. Pool-Disco. Oh, und guck mal, man kann hier, glaube ich, glitschen. Oh, guck mal, wie schön. Man kann hier glitschen, Mama Dania. Ich glaube, oben hat sie... Oh. Hat sie oben auch was? Ei, Karamba, sie hat safe oben was. Wenn man hier glitschen kann, hat sie sowas. Nein, sie hat einen Garten. Ja. Sie hat einen Garten. Schöner. Was für einen Garten? So einen Himmel-Garten, der sieht richtig schön aus. I'm on my way. Huch. Ich hänge im Wasser fest. Ah. Du musst nach außen. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich hänge nur gerade mal wieder fest. Also, ist auch ein super schönes... Oh, jetzt sind alle hier, glaube ich. So, ich gehe mal wieder jetzt ins Haus. Hier. Also, das ist super cool. Das ist ja nett. Richtig schönes Haus. Ah, ich bin jetzt gerade alleine hier drin. Ich gucke mal oben direkt weiter. Ja, ich gehe jetzt auch nach oben. Ach, so hübsch, ey. Das ist richtig toll eingerichtet. Das Bad ist ja brutal. Guck mal hier mit dem Lese... Mit dem Brett genau auf der... Oh, mei, jei, jei. Das sieht alles richtig schön aus, muss ich sagen. Mhm. Da werde ich richtig neidisch. Boah, was ist das für ein heftiges Bett? Mhm. Was ist hier los, Leute? Das sieht richtig cool aus. Luna? 10 von 10. Das Haus... Wenn es mal reicht. ...bekommt 10 von 10. Locker 10 von 10. Absolut. Oh, guck mal, da ist eine kleine Badewanne für Haustürchen. So, Mama Dania, ich bin draußen. Ui, ich komme auch raus. Ja, warte. Komm zu dir. Oh, nee, warte, das wird falsch. So, wer möchte dann als nächstes... Äh, wupp, wupp. Äh, Anni möchte zeigen. Dann schreib Anni, dass wir zu ihr gehen. Anni, gerne. Wir folgen dir. Okay, wir folgen schon, Anni. On our way. Oh, Leute, das sind wieder super Häuser. Ja, muss ich auch sagen. Ihr könnt das so gut. Ui, einmal quer durch Adopt Me City. Tja. Oh, ist das... Ist das das Baumhaus? Nein. Ist das das Lebkuchenhaus? Oh, ich glaube, oh mein Gott, gehen wir jetzt in das... Oh, ich glaube, wir gehen jetzt in das Lebkuchenhaus, oder? Nein, ich glaube... Nein, doch nicht. Doch, das... Nein, aber da können wir dann auch mal noch rein. Das weiß ich, äh... Das ist auch ein Haus von der Zuschauerin. Okay, gut. Wir gehen in das Baumhaus. Und danach gehen wir jetzt mal ins Baumhaus. Oh, auch in der Netflix... Oh, Leute! Warum haben alle eine Netflix-Ecke? Was machen wir falsch? Oh, Merry Christmas. Ja, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, äh, ist auch noch Vorweihnachtszeit. Also ziemlich cool, muss ich sagen. Och, Mann. Ich finde dieses Baumhaus halt auch schön. Oh, nein, das ist immer nur für Babys. Das ist immer nur für Babys. Oben auch schön. Ach, guck mal, hier kann man an der Wand schlafen. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Ah! Ah! Ich komme nicht durch! Oder ist das aber schön? Also, es ist super. Mann, auch mit diesen Discs hier an der Wand. Wie kreativ seid ihr denn einfach? Das sind auch 10... von 10. Einfach nur crazy. Einfach crazy ist das. Was geht denn hier ab? Das ist super! Oh, jetzt ist... Oh, nein. Oh, nein, jetzt ist das Lebkuchenhäusle weg. Da wollte ich doch auch noch rein. Schade. Okay, so, Mama Dania, suchst du wieder jemanden aus? Yes! Dann nehmen wir... Frag doch, und dann siehst du im Chat... Das schreibt ich, please. Hanna. Okay. Hanna? Ja. Hanna Krohr. Okay. Alles klar. Jetzt muss ich nur Hanna wieder finden. Da. Oh, da ist sie. Mit dem Einhorn. Ja. On my way! Leute, es tut uns leid, dass wir natürlich nicht jedes Haus zeigen können, aber wir schauen möglichst viele an heute wieder. Also, das ist jetzt schon das dritte Haus. Wir versuchen was. Wir versuchen es, genau. Weil eure Häuser sind halt auch einfach viel zu krass. Die sind viel zu gut, da werde ich neidisch! Ich will auch so schöne Häuser haben! Entschuldigung, hast du nicht so ein schönes Haus? Ja, aber ich kann es nicht einrichten, du weißt doch. Okay. Boah, guck mal! Ja, das ist das Haus von Dania. Das ist mein Haus. Hier ist Hanna. Ah, hier, okay. Los, rein! Hanna für die Nachbarin. Cool. Oh, das ist das Haus, das wir vorher hatten. Oh, schön, okay. Oh, Baby-Kant, da habe ich so viele schöne Erinnerungen an dieses Haus. Ja, aber ich glaube, sie hatte noch nicht so viel Zeit, hier zu machen. Kann das sein? Also, ist überhaupt nicht schlimm. Auf jeden Fall baut sie, glaube ich, nicht alleine. Weil da ist noch so ein, äh, dass andere Leute mitbauen können. Wahrscheinlich mit ihrer Freundin oder so. Ja, also ich glaube auch, sie hatte noch nicht, äh, genug Zeit, um das einzurichten. Ich glaube auch. Trotzdem super schönes Haus. Doch, hier hat sie schon eingerichtet. Ja. So schön, das ist ein Haus, ein schönes Haustierzimmer. Jetzt hier hinter schon weiter. Nee, das ist noch... Super cooles Haus. Och, da habe ich so viele schöne Erinnerungen. Auch dieses Haus kriegt trotzdem 10 von 10. Ich habe, ich habe so schöne Erinnerungen an dieses Haus. Ja, alleine deswegen. Wie lange haben wir hier drin gewohnt? Lange, ne? Ja. Sehr lange. Ah. I remember. Voll schön. So. Oi. Okay, was wolltest... Wer wolltest du als nächstes? So, ich weiß nicht. Äh, sollen wir nochmal raus? Ich würde sagen, noch zwei Häuser machen wir auf jeden Fall. Ja. Einer mit dem Namen Trampolin fragt. Aber erkennen wir Trampolin auch? Weiß ich nicht. Ich kann... Ich gucke gerade nur in den Chat. Warte. Ich muss hier mal... Ich brauche eine erhöhte Position. Oder Lala fragt. Lala? Okay, dann Lala. Ja, dann schreib mal rein. Aber Lala müssen wir auch erkennen dann, ne? Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich sehe das nur im Chat. Äh, ich gucke hier lieber auf die Namen, weil dann kann ich... Ich kann das gar nicht sehen! Leute, wir sind viel zu viel. Hier, hier, Trampolin. Ich frage Trampolin. Folgen wir ihr? Ja. Okay. Ja. Los. Super, Leute. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir schauen so viele Häuser an, wie es geht. So, das und noch eins auf jeden Fall. Ja. Und wenn es schnell geht, vielleicht noch ein drittes. Aber mal schauen. So. Uh. Waren wir hier nicht schon? Oh, guck mal. Hier eine richtig... Nein. Aber ich glaube... Oh, guck mal. Hier sind zwei Etagen. In... Oh, das ist so... So... Oh, wie heißt das? Hier erstmal zum Pool. Oh. Also, Leute, ich sag euch... Boah, das ist richtig schön. Oh, hier ist eine Rutsche. Wo? Wo? Hier, beim Pool ist eine Rutsche. Das will ich sehen. Oh, ist das cool! Oh, mein Gott! Warum rastet ihr so aus? Leute, ihr übertreibt es voll. Was ist das für ein cooles... Hier ist eine Sauna. Jawohl! Macht mich doch fertig. Hier ist eine Sauna! Oh, ich kann ja nicht mehr... Mama Dania, im Pool gibt es noch eine Wohnung. Was? Im Pool? Komm mal in den Pool. Ich bin im Pool. Nein, hier, guck mal! Ach, das ist ja lustig! Da kann man wohnen, wenn man eine Mähfrau ist. Oder ein Mähfrau-Mann. Ui! Heureka. Cool, ne? Ich bin überfordert, muss ich sagen. Ach, guck mal, hier kann man rausglitschen. Das sieht doch so aus, als wäre es dafür gedacht. Oh, hier draußen hat sie ihre Pizza-Ecke. Auch cool, aber ich glaube, die ist noch nicht ganz fertig. Seid sie nicht? So, ich schaue mir jetzt die anderen Wohnungen noch an. Oh, ich sag euch, Leute, das sieht alles richtig schön aus. Das sind ganz tolle Zimmer und ganz tolle Wohnungen hier. Aber wirklich. Ihr könnt stolz auf euch sein. Aber wirklich. Also, das sage ich nicht oft, aber ihr könnt stolz auf euch sein. Oh, ich finde das so crazy. Das ist richtig schön. Und wer hat das Penthouse? Ach so, hier steht Hotel. Oh, cool, mit Rezeption und so. Und ich glaube, hier kann man was essen. Bist du schon ganz oben? Fast. Das ist ja schnell. Du bist viel zu schnell. Zehn von zehn. Ich glaube, hier sind auch mehrere Leute dran, das Haus einzurichten. Oh, Baby Khan, hier ist... Oh, das sieht aber hübsch aus mit den Lichtern. Hey, ich wollte noch mal zum Pool. Hä, wo kommt denn dieses... Oh, das sieht ja richtig nice aus mit den zwei Lichtern. Hey, ohne Mist, das sieht so schön aus. Oh nein, ich bin irgendwo runtergefallen. Na toll. Okay, ich komme zurück. Mama, Daniela, los, komm, ein letztes Haus. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich war noch nicht im Penthouse. Ich auch noch. Lass mich noch... Lass mich wenigstens noch das Penthouse angucken. Gut, ich komme zu dir. Okay, ich glaube, das ist noch ein bisschen leer. Ja. Ja, das ist noch leer. Das ist noch leer. Okay, ich will aber noch mal zum Pool. Ich will da ein Foto machen. Leute, ich will hier runter. Dann geh du doch schon mal zum Pool. Ich gucke mir den Rest an. Babykahn. Oh, ist das schön. Oh Mann, das ist so schön. Ich rasse aus. Oh. Bums. Die Häuser sind so hübsch. Ein Haus noch? Ja, letztes Haus. Los, such du aus. Leute, es tut uns leid, dass wir wirklich nicht alle Häuser schauen können. Äh, wir nehmen Luisa als nächstes. Gut. Folgst du mir Babykahn? Ja. Sehr gut. Ist das Haus? Okay, Airtrack Lulu. Rein da. Das gleiche Haus, wie Baby René hat. Ja. Oh, guck mal, Mama Dania und Babykahn sind die Besten. Nein, ihr seid die Besten. Ja, danke. So, okay. Oh Mann, das ist doch hier schon wieder so ein richtig ästhetisches Haus. Oh, wie schön. Mit einem Kamin. Klingt schön clean, ästhetisch. Das sieht so toll aus. Von dem Haus habe ich schon mal Bilder gesehen. Du hast, wenn du das bist, schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Du hast mir, glaube ich, schon mal Bilder bei Instagram geschickt. Ich kenne das doch irgendwie, das Haus. Ich kenne das. Ich kann mich erinnern. Ich kenne das. Also, es ist auf jeden Fall ein super schönes Haus. Ja, eine richtig schöne Wohnküche. Gehen wir mal weiter. Boah, ich muss erst mal hochgehen. Das Bad ist ja gerade knallevoll. Hier oben ist das Haustierzimmer. Und das Kinderzimmer. Oh, ich will das auch mit den Emojis auf den Tafeln. Das ist voll hübschig. Ja, hier steht es, glaube ich, noch so, wie es war. Also, auch dieses Haus bekommt wieder 10 von 10. Super schönes Haus. Oh, guck mal, dein Hund. Also, Leute, ich muss sagen, eure Häuser sind wieder super geworden. Sind sie wirklich? Die sehen so schön aus. Ich würde mir am liebsten den ganzen Tag Häuser angucken. Ja, Leute, aber wie gesagt, das können wir leider nicht den ganzen Tag. Aber wir machen das auf jeden Fall nochmal. So. Ja. Und nochmal sorry, dass wir nicht alle Häuser schauen konnten. Wir machen das bestimmt nächste Woche nochmal. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und alle haben 10 von 10 bekommen. Yes. Macht's gut. Ja, Leute. Schönes neues Jahr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau. Tschau.